Schlecht, die Kuh erschienen. Das ist nicht so, ich sag ja. Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Die Zufahrten sind an und für sich kein Problem zu diesen Veranstaltungen, aber es kam auch bereits vereinzelt zu Sachbeschädigungen und ein Polizeibeamter wurde ebenfalls verletzt durch einen Knallkörper. Und das war die Unschuldigung, der der Neue sack mit der Kuhn gespielt hat. Es war ... Hatte. Mit der Kuhnepunkt hat man hier, so was man stockiert.